Ah, hier noch ein bisschen Familien. Äh, damn. So, äh, ja dann sammeln mal, Kleine. Bitteschön. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Welt geholfen. Wie sie sich freut. Da brächte, die es lebt wie eine Gefängniszelle, die einen Insel hat. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagd ihn. Aha, die kommen also fast alle von da. Und von da abends. Ja, du bist ein brabes Mädchen. So ein brabes Mädchen. Bitteschön, aber fertig. Fertig. Ja, bei Daddy bist du wirklich in Sicherheit. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Mine alle wieder mitnehmen. Man weiß ja nie. Gut, hier ist jetzt gar nichts passiert. Deswegen alles wieder schön mitnehmen. Das ist leer. Was haben wir erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um ein Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen Ihnen die armen Teufel vom Pawpastrop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Okay. Ich werde im Fischbau einer drüber nachdenken. Wie, ich dachte, der sagt uns jetzt den Code. Andrew Ryan. Der hielt den freien Markt für eine Art Gott, der uns alle über den Regenbogen ins Paradies führen würde. Ah ja. Ich entgegenhalte den freien Markt für eine fette Hure. Der heute nicht von falschen Fünfzigern unterscheiden kann. Und so wurde der gute alte Andy zu seinem eigenen Gespenst. Und ich habe falsche Fünfziger gedruckt, bis ich Geld hatte wie Dreck. Allheilmittel, nimm einen Schluck von Dr. Holkoffs wundersamen Orcure, eine geringe Menge E... Wir haben genug Gentkohl. Moment, dann können wir ja jetzt noch mal kurz die Leichen noch mal plündern. Weil die haben ja Geld. Geld können wir gut gebrauchen. Aber das Ding nehmen wir auch noch gerade mit. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigene Cash Reserve und den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Batesphere diese Scheiß-Firma mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken still legen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich will da rein. Ich bin der Atlantic Express. Und hier, hier ist Endstation für mich. Siehst du, er denn hat mich... Ja, ich komme da hinten aber noch nicht rein. Kann ich die kleine... Ja, bald. Aber wir müssen erst noch ein bisschen... Können wir ja hier auch noch mal kurz gucken. Was brauchen wir denn? So. Ha, wir könnten jetzt auch hacken, aber... Pff. Können wir doch mal gerade hier oben rauf. Und jetzt steht das Ding auf meiner Seite. weiter. Was hat die Kurze gesagt? Ich habe nicht genau hingehört. Nee, ich weiß, wir müssen eigentlich in die Richtung. Wir gehen erst mal hier ran. Sophia Lamp. Ach so, da kommen wir wahrscheinlich von beiden Seiten ran. Ja. Sicherheitsnotschalter. Gracie sagt, verziehe dich und verrecht, du bleibst. Tja, alter Knarre, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber die sagt... Plasmin und Tonika. Nein, wahrscheinlich hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Okay. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Ah, wie im ersten Teil. Alles klar. So, die Highhouse downtown. Ich bräuchte erst mal... Wie gesagt... Schrot. Aber ich habe keine... Schrottpatronen... Äh, Schrottpatronen, ja, aber... Meine Herren. Aber ich finde das Hacken persönlich besser. Als das im Vorteil hat man nicht so... Naja, gut, Zeitdruck hat man trotzdem, aber... Es geht noch. Es geht noch. Wie, jetzt wieder zurück? Ich brauche eine Kamera. Upgrades, Gesundheits-Upgrade, Plasmiden-Slot. Wir nehmen erst mal unsere... Dass wir ein bisschen mehr Gesundheit haben. Weil Gesundheit ist... Ja, das ist noch ein Plus-Ultra. Tja, da ist das Leihhaus. Aber es ist abgeschlossen. Ach. Ich schätze, du musst dir einen anderen Eingang suchen. Ah, kaputt. Äh, ich meine voll. Aber man muss auch hier von A nach B nach C nach D... Und dann hier zurück nach A. Einkaufswagen. Das ist eine fucking Popcorn-Maschine. Okay. Das haut die Dose glatt durch den Boden der Tatsache. Ah, hier ist auch noch was. Okay, da sind wir full. Ist ein Loch in der Decke. Ich würde mal so vermuten... C betritt die Klinik mit... 0047. Erstmal saufen wir uns hier ein. Und warum? Genau, weil... Ui, 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 der Kater am nächsten Tag. Mit grauen Haft. Ah, können wir doch gleich noch weiter besaufen. Der besoffenste Big Daddy aller... Ui, 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 ui. Ich bin Hacke-Discht. Sie ist unser aller Tochter. Niemand in Rapture wird dir Schutz gewähren. Ach. Schnabel. Allgut, dass das hier wenigstens... Gracie sieht das falsch. Nicht du hast Eleanor zu einer Little Sister gemacht. Big Daddies sind nur Sklaven. Und du hast dich eben erst befreit? Genau. Ich bin vollkommen unschuldig. Auto-Hack-Pfeil. Alles mitnehmen. Nenn mich nicht Kumpel-Kumpel. Oh! Oh, 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 oh. Immer wieder gern. Boa bauen wir nicht Vitamine, Aspirin. Wir sind gegen alles immun. Dr. Chan. Oh, ich glaube... Hm. 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 Schön, so ein automatisches Sicherheitssystem. Okay, sonst hier... Lagt doch irgendwas mit 50er-Kugeln, oder? Nee. Immer auf die... Alter! Tagebuch hören. Ich halte! Ach, Gott sei Dank. Dr. Lärm? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und deine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Grace. In Ryan's Rapture bin ich die Paria. Sie und ich, wir teilen unpopuläre Ideen, aber ich frage mich... Wie ernst ist es? Wenn Sie mehr erfahren möchten, tragen Sie beim nächsten Treffen diesen Schmeckerlingsanstecker am Revers. Kein Problem. Kein Problem. Dann sprechen wir nie wieder davon. Okay. Uh. Weil, warum ich jetzt noch nicht da in... Ich glaube, hier ist noch ein Big Daddy. Autsch! Jetzt gibt's auf die Nuss! Ja, ist ja gut. Schrei, Hals! Ach! Oh, nein, 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 nein! Ich hätte erst... Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder gerauft. Es will es uns wegnehmen, wie damals, Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betrifft. Mal, nein, 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 nein! Kleine Mariner! Okay! Okay, ich hab irgendwas mit Pfeilmeister. Headshot. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Genau. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Seid ihr fertig? Gut. So, dann wollen wir die Kleine doch mal retten. So. Ich errette die Kurze. Wo ist sie denn? Da ist sie. Danke. Bitte. Man, die sind so süß. Naja, die Kleine... Schaffst du es? Kriegst du den, oder? Und... Tschüss. Foto-Wart. Ha. Oh, hier ist auch noch eine Falle. Die nehmen wir wieder mit. Hier ist doch ein Big Daddy in der Nähe. Also, noch ein Big Daddy. Wie viele Kurze sind hier noch? Eine. Vielen Dank.